Geburtstag und Fiete ist der Überbringer. Komm her. Hey, Fiete. Du bist so eine Rakete. Komm her. Willst du nicht mit? Moin. Mir ist richtig sauer. Meint ihr eigentlich, dass ich blöd bin oder was? Weil dein Vogelnest ist, Udo, und dich interessiert das mal wieder nicht. Weil ich da keine Zeit zu habe, mir den ganzen Tag in den Bäumen gucken und Vögeln beobachten. Ja, aber diesmal läuft das reibungslos. Wir werden ein... ein... Was? Ich verstehe. Wir müssen noch einen Spender anbauen. Was für einen Spender? Eine Defizitionsspender. Was für einen Spender? Ein Defi-Spender. Sag es doch bitte vernünftig. Ein Defizitions... Was? Ein Defizitionsspender. Ich habe mich noch mal mein Brötchen holen getroffen. Udo? Ja. Das stimmt gar nicht. Da hat er mich gefragt, ob ich heute mithelfen möchte. Das stimmt ja gar nicht. Ey, das ist mehr wie peinlich. Wie hast du das hier jetzt nicht? Ja, so muss das auch sein. Und dann wird das so an der Wand, oder wie? Ja. Ja, so muss das auch sein. 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 Ja, so muss das auch sein.